Ja Mumy, morgen ist es soweit, die Champions League beginnt, das erste Spiel zu Hause gegen Manchester United. Wie fühlst du dich? Mein Gefühl jetzt ist unglaublich. Wieso? Weil wir gegen eine große Mannschaft spielen. Es ist ein großes Spiel für uns und wir bleiben souveräumt und spielen unser Spiel. Du hast gesagt, es ist ein großer Gegner, Manchester United mit vielen großen Namen im Team. Wie wollt ihr morgen spielen? Was habt ihr euch vorgenommen? Wie wollt ihr in diesen Match gehen? Ich weiß schon. Dieses Spiel ist schwierig. Manchester ist eine große Mannschaft und es ist ein großer Spieler auch. Aber das ist Fußball. Es ist Fußball. Wir bleiben souveräumt, als ich gesagt habe. Und ich spiele auch unser Spiel. Und du hast selber schon mal mit Iwe in der Champions League gespielt, auch schon gegen Manchester United. Was hast du für Erinnerungen an das letzte Mal? Ja, ich habe zweimal gegen Manchester gespielt. Es ist nicht die gleiche Mannschaft, aber letztes Mal, das Spiel war nicht so einfach. Aber dieses Mal probieren wir spielen und ich freue mich auf das. Und auf jeden Fall, was wir jetzt schon wissen, das Stadion wird voll sein. Es ist ausverkauft. Also es erwartet uns, alle Ibe-Fans, aber auch euch Spieler eine sehr spezielle Stimmung, eine spezielle Atmosphäre. Volles Stadion, die Champions League-Hymne, das wird ein toller Abend. Ja, es ist immer speziell für uns, wenn wir Stimmung für die Fans haben. Ja, ich freue mich auch auf das. Wir freuen uns sicher alle auf dieses Spiel. Merci vielmal, Mumy. Guten Matchmorgen. Hopp Ibe. Dankeschön. Hopp Ibe. Andere.